Für dieses Video solltest du den Satz des Pythagoras bereits beherrschen, deswegen nur eine ganz kurze Wiederholung. Wir fangen immer mit rechtwinkligen Dreiecken an, die Seite gegenüber vom rechten Winkel. Ich nenne sie mal C, man nennt sie Hypotenuse. Dann haben wir noch zwei andere Seiten, A und B. Die Buchstaben können auch mal anders sein, aber es gilt immer, die Summe der Quadrate der Katheten ist das Quadrat der Hypotenuse. Also aufgeschrieben A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Wenn man das Ganze umstellt nach C, ergibt sich C ist gleich die Wurzel von A Quadrat plus B Quadrat. Bisher hast du das Ganze vor allem im Zweidimensionalen gemacht, wir gehen jetzt ins Dreidimensionale. Hier siehst du ein Quader und wir schauen uns mal die Raumdiagonale von dieser Ecke hier hinten zu dieser Ecke hier vorne an. Die nennen wir D und wir möchten die Länge dieser Strecke berechnen. Um die Längen solcher Strecken zu berechnen, suchst du immer rechtwinklige Dreiecke. Und ich zeichne mal eins ein. Wenn man hier auf dem Boden diese Diagonale zeichnet, dann hätte man hier einen rechten Winkel. Im Zweidimensionalen würde das hier zwar nicht wie ein rechter Winkel aussehen, aber wenn du dir vorstellst, dass man dieses Dreieck hier ausschneidet, dann ist das tatsächlich ein rechtwinkliges Dreieck. Die grüne Strecke nenne ich mal E und ich schneide das Ganze mal aus. Und wenn man das ausschneidet und hier daneben legt, dann erkennst du auch deutlich den rechten Winkel. Und jetzt kann man die Länge dieser Strecke D berechnen. Mit dem Satz des Pythagoras gilt, E² plus C² ist gleich D². Also D ist die Wurzel von E² plus C². Ja, die Länge der Strecke C können wir hier ablesen. Sechs Kästchen, also drei Zentimeter, aber E kannst du nicht ablesen. Also musst du auch noch die Länge der Strecke E berechnen. Auch hier suchst du wieder ein rechtwinkliges Dreieck und dieses Mal wäre hier der rechte Winkel. Man sieht es auch wieder deutlich, wenn man dieses Dreieck hier ausschneidet. Und ich nenne diese Strecken hier mal A und B. Also hätten wir hier A und B. Und hier dann noch E. Und hier siehst du den rechten Winkel. Das wäre jetzt dieses Stückchen vom Boden hier ausgeschnitten und nochmal flach hingelegt. Und hier kannst du jetzt die Länge der Strecke E berechnen. Auch wieder mit dem Satz des Pythagoras gilt A² plus B² gleich E². Also könntest du hier für E² A² plus B² einsetzen. Insgesamt ergibt sich also für die Diagonale D die Wurzel von jetzt direkt eingesetzt A² plus B² plus C². Und wenn eben diese Kantenlängen A, B und C gegeben sind, kannst du damit direkt die Länge der Diagonale D berechnen. Das wäre sozusagen der doppelte Satz des Pythagoras. Also einfach zweimal hintereinander angewandt. Und wir können nicht nur Streckenlängen, sondern auch Winkel berechnen. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Winkel hier von D zu E einzeichnet, ich nenne ihn mal Alpha, dann ist es auch wieder am einfachsten, den in der Skizze vom ausgeschnittenen Dreieck einzuzeichnen. Das wäre der hier. Und da hier alle drei Seitenlängen gegeben sind oder berechnet werden können, kannst du Sinus, Kosinus oder Tangens benutzen. Ich benutze mal den Tangens, also Tangens von diesem Winkel Alpha wäre Gegenkathete durch Ankathete, also C durch E. Und den Winkel Alpha selbst, den erhältst du dann, wenn du in deinem Taschenrechner diese Tangens hoch Minus 1 Taste benutzt und dann eben C durch E hier eingibst und dann berechnet dein Taschenrechner dir den Winkel Alpha.